Sie kennen die Situation. Sie planen eine große Investition, sei es die Erweiterung Ihres Werkes oder die Eröffnung eines neuen Standorts. Die Potenziale am Markt sind vorhanden, müssen aber erst gehoben werden. Um neue Kunden zu gewinnen oder neue Märkte zu erobern, ist eine gut durchdachte Vertriebsstrategie die Voraussetzung. Dazu bedarf es als erstes einer klaren Definition Ihrer Zielkunden. Die Entscheidung darüber, wie und in welchen Geschäftsbereichen Sie diese neuen Märkte erobern wollen. Die Entscheidung darüber, ob Sie direkt, sprich mit eigenen Salesmitarbeitern oder indirekt mit Vertriebspartnern in die neue Märkte gehen wollen. Und viertens, und das ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher Punkt, eine Markteinführungsstrategie und die dafür notwendigen Ziele. Bevor ich diese Aufgaben mit meinen Kunden in der Zusammenarbeit bearbeite, führe ich, da diese Themen sehr komplex sind und ineinandergreifen, sehr gerne einen Sales Check durch. Mehr zum Sales Check erfahren Sie in meinem nächsten Interview.